Ja, ist denn hier ein Flugzeug abgeschürzt? Nein, es steckt im Kaufhaus Zentral Plaza und wurde dort einbetoniert. Es gehört zu der Attraktion Believe It or Not. Du kannst es glauben oder nicht. Es sind einfach Dinge aus dem täglichen Leben, die man glauben soll oder nicht glauben soll, oder eine Geisterbahn zum Begehen im Spiegelkabinett. Dann auch noch eine 3D-Bahn. Einfach viele Attraktionen für Kinder, die eigentlich aber relativ teuer sind, wenn man die thailändischen Verhältnisse zugrunde legt. Aber die Show lebt davon, dass die Kinder unbedingt hinwollen. Denn die Geister schauen ja wirklich schrecklich aus. Und selbst die Spinne tut einem nichts. Denn sie ist schon tot und ausgestockt.